Hallo ihr Leute, willkommen bei Pornido Gaming und Spongebob Dynardash. Wir haben im letzten Part richtig heftig gerocht, Leute. Wir haben alle Herausforderungen geschafft, wir haben das Expertenlevel geschafft und wir sind, du siehst es, nicht aufzuhalten. Ja, und mit dieser wunderbaren Information geht es weiter ins nächste Level. Level 6. Expertenpunkte 7500. Herausforderung. Erhalte eine Farbübereinstimmung an 6 Tischen. Es gibt jetzt also 6 Tische, nicht mehr 4. Oh mein Gott. Okay, an 6 Tischen. Und neuer Kunde Paar. Dieses süße Paar möchte, dass ihr Date so lange wie möglich anhält, also lassen sie sich viel Zeit. Na toll, na toll. Da muss ich die anderen bei Laune halten. Okay, Leute, wir haben schon 6 Tische jetzt. So, blau, blau, gelb, rot haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann kommt ihr erstmal hier hin. Grün, gelb haben wir auch nicht. Okay, doppelt lila haben wir immerhin hier hinten. Okay, los geht's mit den Bestellungen, Leute. Los geht's. Und die hier kriegen direkt erstmal ein Getränk, damit die Herzen wieder hochgehen. So, ein Doppeltisch haben wir leider nicht. Ihr müsst jetzt erstmal hier hin. Okay, so, Tisch 1 kriegt schon mal hier Essen. Hier, Bestellung und Bestellung. Zack, beide abgegeben. Okay, hier haben wir ein Getränk für euch. Ihr seid nämlich nicht ganz glücklich. Und hier setzen wir jetzt hier hin. Oh mein Gott, Leute. Ich hab hier gerade 6 Tische zu managen. Heiliger. Das ist, äh... Mann, 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 Mann. Okay, jetzt kriegt ihr erstmal eure Bestellung. So, die möchten gerne... Oh mein Gott, Leute, es ist so viel zu tun. So, die möchten bestellen. Alles klar. Machen wir, Leute. Machen wir. Die hier kriegen ein Getränk. Denn... Ja, ich hab die leider an den falschen Tisch gesetzt. Von den Farben her. Und, ähm... Deshalb geht erstmal die Herzen runter. Wisst ihr? Deshalb kriegen die ein Getränk. Damit sie halt wieder glücklicher werden. Okay, die möchten bestellen. Äh, bezahlen. Bezahlen. Okay. So. Okidoki. Einmal Teller abräumen. Wir haben hier ein Getränk in der Hand. Warum auch immer. Das geben wir mal hier ab. Die möchten bestellen. Hier haben wir einen lilanen Tisch. Hier haben wir einen Vierertisch. Der passt sogar. Achso, stopp, 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 stopp. Wir müssen noch schnell abräumen. So. Okay. Hier haben wir den Vierertisch. Boom. So, er möchte bestellen. Sie möchten bezahlen. Sie möchten bezahlen. Sie möchten bezahlen. Sie möchten bestellen. Oh mein Gott, das ist so viel zu tun. So, wir haben einen Zweiertisch für... Nein, stopp, wir müssen noch abräumen. Verdammt. Okay, schnell, 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 schnell. Sponji, abräumen, abräumen. Schnell. Und euch hier hinsetzen. Euch hier hinsetzen. So. Okay, okay, okay. Bestellung abgeben. Du kriegst ein Getränk, Kumpel, damit es dir gut geht. Du, so. Okay, haben wir. Die möchten bestellen. Alles klar. Hier kommen zwei neue Bestellungen reingeflattert. Die zwei und die vier. So. Die... Der Tisch möchte gerne bezahlen. Macht er. Die hier möchten gerne bestellen. Zack. Okay. Haben wir. So, jetzt haben wir hier Tisch frei. Ein vierer Tisch. Setzt ihr euch mal hier hin, würde ich sagen. So. Die sechs haben wir hier. Okay. Die möchte bezahlen. Bezahlen. Danke. Einmal abräumen. Danke. Hier bringen wir ihnen noch ein Wässerchen, würde ich sagen. So. Okay. Wir haben einen neuen Tisch. Äh. Leider haben wir keine farbliche Übereinstimmung. Kann man nix machen. Wenn die Nummer so blöd kommt, kann man einfach nix machen. Okay. Wir haben eine Bestellung. Und können direkt auch abräumen. Zack. Haben dann einen Dreier-Tisch für vier. Naja, was soll's, wenn sie machen, ne? Ja, guck mal. Die haben nur ein Herz dadurch. Meine Herren. Müssen wir mal schnell mit Getränken auffrischen. Die haben bezahlt. Leider nicht volle Herzen. Schade. Aber kannst nix machen gegen. So. Die drei weg. Die möchten bestellen. Die möchten bezahlen. So. Einmal das Geschirr abgeben. Die Bestellung abgeben. Die möchten bezahlen. Zack. Ach nee, bestellen meine ich. Bestellen. Den bringen wir auch direkt was zu trinken, Freunde. So. Dann geht's dir wieder gut. Okay. Bestellung abgeben. Bestellung mitnehmen. Bestellung aufnehmen. Oh mein Gott. So viel zu tun. Leute. So viel zu tun. Ihr kriegt erstmal noch ein Getränk. Und ihr kriegt euer Essen selbstverständlich. Also die Runde war nicht so gut, Leute. Aber die Herausforderung haben wir geschafft. Das habe ich schon gesehen. Aber hier. Die kriegen auch noch ein Getränk. Die Herausforderung haben wir geschafft. Aber das war keine gute Runde. Ich bin nicht mal sicher, ob wir überhaupt den Expertenlevel hier schaffen. Ich glaube fast nicht. Ne. Wir sind bei 6200 Punkten. Das wird nix. Oh Gott. Nein. 7500 brauchen wir. Oh je, oh je. Das war nicht gut. Aber die Herausforderung haben wir geschafft. Immerhin. Aber nicht den Expertenlevel. Schade, 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 schade. Na gut. Machen wir noch das nächste Level. So. Verliere keinen Tisch ist die Herausforderung. Und es gibt was Neues. Tisch für 6. Wir haben jetzt einen Platz für eine 6er Gruppe. Pff. Bekommst du das hin? Na, wir werden mal sehen. Also kein Tisch verlieren und ein 6er Tisch. Okay. 2 rote haben wir hier. Hier haben wir direkt einen 6er Tisch. Der sogar farblich passt. Das ist ja hervorragend. Okay. So. Grün und Lila haben wir hier. Ihr kriegt direkt mal ein Getränk. Denn ihr habt keine vollen Herzen. Rot, Gelb haben wir hier. Okay. Bisher läuft noch alles am Schnürchen. Bestellen. Okay. Hier 4er Tisch. Perfekt. In der Farbe. Super. Bestellung abgeben. Und irgendwer hat hier noch... Oh, 2. Oh, wir haben alle Tische perfekt bisher. Richtig gut. Fliege. Richtig gut. Okay. Die möchten bestellen. Und die möchten bestellen. Einmal abgeben. Zack. Nehmen wir direkt die 4 mit für diesen Tisch. Die möchten bestellen. Und sie möchten ebenfalls bestellen. Alles klar. Dann bringen wir denen hier noch ganz schnell ein Getränk vorbei. Wo war denn das hier? Und hier die 1 und die 2 können wir direkt... Alter, hier ist eine Fliege. Hallo. Das ist eine Fliege vor meinem Mund. So. Wir haben eine Bestellung. Wir haben die 2. Wo ist die 2? Hier. Bestellung abgeben. So. Die 6 und die 3 kriegen ihr Essen. Zack. Zack. Sie möchten gerne zahlen. Leider waren sie nicht vollends zufrieden. Schade. Okay. Aber wir haben 6er Tisch. So. Sie möchten bestellen. Und die 5 möchte ihr Essen gerne haben. Kriegt ihr natürlich, Freunde. So. Wir machen mal einen Tisch frei für unser Pärchen hier. So. Zack. Und zack. Alles klar. Haben wir. Teller abgeben bitte. Ihr beide setzt euch jetzt mal hier hin und kriegt direkt ein Getränk. Hier haben wir einen 4er Tisch für euch. Und wir haben Essen für die 5 am Start. So. Jetzt haben wir leider keinen 2er Tisch. Hier. Bestellung. Und auf. Ähm. Bezahlung. Zack. Und die möchten bestellen. Und hier möchte ich abgeräumt werden. Okay. Dann haben wir einen 2er Tisch für euch. Bestellung abgeben. Die 4 beliefern. So. Bestellung aufnehmen. Den hier bringen wir schnell in Wasser. Bestellung abgeben. Okay. Die hier unten. Bezahlen. Okay. Und damit hätten wir jetzt einen 2er Tisch für 2 rote. Was soll's, Leute? Was soll's? Die 1 und die 2. Und die hier unten. Schau mal. Hier fehlen den 3 Herzen. Meine Herren. Die kriegen erst mal was zu trinken. Ja. Die möchten bestellen. Die möchten bezahlen. Danke. So. Okay. Hier haben wir Teller abzuräumen. Und einen 6er Tisch. Ist ja gut. Die werden schon ungeduldig. Mein Gott, ey. So. Die möchten bezahlen. Oder was? Jawohl. Ja. Damit schnell die Teller weg. Hier nochmal. Zack. Die Teller weg. Bestellung abgeben. Dann können wir ihn schon mal hier hinsetzen. Holen hier die 2 mal Essen ab. 3 und die 6. Räumen hier das Essen ab. Und bringen den hier unten ein Getränk. Denn hier fehlt ein Herzen. Okay. Haben wir alles. Hier. Der 6er Tisch möchte ich gerne zahlen. Oh na. Wenn das nicht Trinkgeld gibt, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Okay. Bestellung mitnehmen. Für die 5. Hier unten. Hier haben wir nochmal Getränk. Für den 6er Tisch. Bleibt mal ruhig, Jungs. Alles gut. Keine Hektik hier. So. Die möchte ich bezahlen. Die 4 kriegt jetzt hier Essen endlich. Einmal abräumen. Weg da mit dem Teller. Hier haben wir noch ein Getränk. Für irgendwen, der unglücklich ist. Hier die 1 zum Beispiel ist unglücklich. Kriegt die 1 auch direkt hier Essen. Kein Problem. Hier unten möchte abgeräumt werden. Zack. Auch hier möchte abgeräumt werden. Zack. Weg damit den alten Tellern. Und noch ein Getränk für die 6er Gruppe. Dann gehen die vollends zufrieden nach Hause. Nein. Tun sie nicht. Oh nein. Tun sie nicht. Ich habe erst abgeräumt und dann das Getränk gebracht. So was doof ist. Das ist eine falsche Reihenfolge. Okay. Den hier. Achso. Du bist ja schon glücklich. Na gut. Dann gib mir deine Kohle und hau ab, Junge. Gib mir deine Kohle und hau ab. Okay. Fertig. Das war eine gute Runde, Leute. Yes. Alles geschafft. Alles geschafft. Herausforderungen geschafft. Expertenpunkte geschafft. Bombe, Leute. Bombe. Okay. Cool. Das ist ein cooles Spiel, man. Echt. Wenn es euch auch gefällt, lasst mir noch einen Daumen da. Schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut, Freunde. Und ciao.